Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Jan wieder vor dem Mikrofon und ich darf euch heute wieder mit 10 Tech-News in den Tag begleiten. Wir beginnen mit dem beliebten Google-Jahresrückblick, wir gehen weiter ins Thema Amazon, dort gibt es gleich zwei spannende News. Dann geht es zu Sprachassistenten zu Hause, wir biegen anschließend in unsere Social-Media- und Messenger-Ecke ab und zuletzt noch ein kleiner App-Tipp für das Apple TV und ein paar News rund um das Thema Updates aus dem Hause Apple. Starten wir mit dem Google-Jahresrückblick, Google hat wie jedes Jahr die beliebtesten Suchanfragen je Land ausgewertet. Ich habe die Ergebnisse von Deutschland gerade vor mir, dort waren die beliebtesten Suchanfragen beispielsweise EM 2016, Pokémon Go, iPhone 7, Brexit und Olympia. Zusätzlich gibt es noch Ergebnisse im Bereich Schlagzeilen, Promis, Filme, die beliebtesten Fragen rund um das Thema Warum, Wie, Was. Ja, ich habe euch in den Shownotes die Ergebnisse verlinkt, in dem Fall für Deutschland. Schaut einfach vorbei und schaut, was euer Land dieses Jahr am meisten gesucht hat und damit wahrscheinlich auch am meisten beschäftigt hat. Wir gehen über zu Amazon, dort gibt es heute gleich zwei spannende News. Zum einen möchte man Prime Video aus dem beliebten Amazon Prime Bundle ausgliedern und weltweit jetzt verfügbar machen. Das ist natürlich eine ganz positive Neuerung, nämlich dass Amazon Prime Video dann auch in Ländern verfügbar ist, in denen Amazon nicht verfügbar ist. So zum Beispiel auch in der Schweiz. Unser lieber Martin ist schon ganz aus dem Häuschen. Der Dienst soll zum Start 3 Dollar je Monat kosten, ein sehr konkurrenzloser Preis de facto. Nach sechs Monaten erhöht sich der Preis auf 6 Dollar, im Vergleich zu Netflix immer noch ein sehr günstiger Preis. Und auch Amazon hat einige gut produzierte eigene Serien im Angebot. So ist aktuell The Ground Tour eine sehr, sehr beliebte Serie, die gerade in den USA, jetzt in der dritten oder vierten Woche, sehr, sehr große Erfolge einfahren kann. Andere Erfolge hat Amazon auch im Bereich der Zustellung zu verzeichnen. Aktuell gibt es immer wieder Gerüchte um die Zustellung via Drohne. Da ist Amazon jetzt einen großen Schritt weitergekommen. Heute wurde das erste Paket in UK zugestellt, rein über Drohne. 13 Minuten hat das Ganze gedauert, der Zustellversuch war erfolgreich. Eine große Gratulation an Amazon für einen meiner Meinung nach richtigen Schritt in Richtung Zukunft. Ebenfalls ein Schritt Richtung Zukunft sollen digitale Sprachassistenten zu Hause werden. Vorne weg auch hier in Europa Amazon mit den beliebten Echo-Produkten. Leider anscheinend zu beliebt, sodass die meisten, obwohl sie Einladungen abgegeben haben, bereits noch immer noch keine Chance bekommen haben, die Geräte auch tatsächlich zu bestellen. Anders möchte es Google versuchen. Auch die möchten in unsere Wohnzimmer kommen. Aktuell können die Google Home-Geräte aber leider in Europa noch immer nicht erworben werden. Jetzt kommt ein dritter Player auf den Markt, nämlich Microsoft. Auch die bieten einen Sprachassistenten an. Der hört auf den Namen Cortana und wird aktuell nur in Windows 10 Geräten angeboten. Jetzt möchte man aber in Zusammenarbeit mit Harman Kardon eigene schlaue Lautsprecher entwickeln. Bereits Anfang 2017 sollen diese auf der CES vorgestellt werden. In unserer Social-Media-Ecke starten wir mit einer News zum Thema Twitter. Dort wird ab sofort das Go-Live-Feature angeboten. Mit dem könnt ihr Videostreams direkt auf eurer Timeline veröffentlichen. Als Diensthilfe wird Periscope herangezogen, der hauseigene Dienst, der ohne dies bereits schon live Videostreamen kann. Im Endeffekt also nur eine neue Verpackung für ein bereits bekanntes Feature. Anders bei Instagram, dort gibt es ein tatsächlich neues Feature, die sogenannte Save-Funktion. Mit der könnt ihr beliebte Fotos oder Videos für euch zu eurer späteren Ansicht quasi speichern und markieren. Im Unterschied zu den Likes, die es bereits gebe, um Präferenzen auszudrücken, sehen diese Save-Funktionen aber nur ihr. Das heißt Videos, die ihr quasi für später speichern wollt. Mit dieser Save-Funktion seht nachher nur ihr und ihr gebt damit keine Präferenz oder keinen Like ab. News gibt es auch zum Thema WhatsApp. Dort soll es ein neues Feature wiederum geben, nämlich die Revoke-Funktion. Mithilfe dieser Funktion soll es möglich sein, Nachrichten, die ihr bereits gesendet habt, wieder zurückzurufen. Die Gegenseite sieht dann zwar, dass an dieser Stelle quasi eine Nachricht stand, kann diese Nachricht aber nicht mehr lesen. Wann dieses Feature kommen soll, wissen wir noch nicht. Es gibt noch keine offizielle Stellungnahme von WhatsApp oder von Facebook. Aber dieses Feature ist bereits voll funktionsfähig in aktuellen iOS-Betas aufgetaucht. Ein kleiner App-Tipp für uns aus Apple TV. Dort gibt es jetzt die App Tinder direkt auf dem großen Bildschirm. Das Bedienkonzept hat sich nicht verändert. Per Wisch nach links oder nach rechts könnt ihr entscheiden, ob euch der dargestellte Single gefällt oder nicht. Wie wir aus einer Geek Talk Sonderfolge wissen, ist Tinder nicht nur für Singles geeignet. In einer eigenen Sonderfolge haben sich die liebe Martin und die liebe Achim über Tinder und auch weitere Einsatzmöglichkeiten unterhalten. Falls euch das auch interessiert, ich habe euch die Sonderfolge in den Show Notes verlinkt. Zuletzt gibt es leider eher negative News aus dem Hause Apple. Ich habe euch diese Woche bereits davon erzählt, dass WatchOS 3.1.1 veröffentlicht wurde. Offensichtlich gibt es mit diesem Update aber leider größere Probleme. So sollen einige Apple Watch Modelle nach dem Update simpel nicht mehr funktionieren und müssen dann entweder in Store gebracht werden oder eingeschickt werden, da es sonst keine Lösung für das Problem gibt. Apple hat dementsprechend das Update dabei gestoppt. Es wird aktuell nicht mehr verteilt. Wann es hier Besserung geben soll, weiß man nicht. Ja, Stichwort Update, Stichwort Apple. Die Woche gab es eben Updates für alle Betriebssysteme, WatchOS, iOS, macOS und tvOS. Und die nächsten Versionen, also die kommenden Updates quasi, sind bereits jetzt auch schon wieder im Test. Apple hat gestern die ersten Builds für Entwickler veröffentlicht. Wann das ganze Programm in die Public Beta geht, weiß man noch nicht. Aber offensichtlich, Apple arbeitet weiter und weiter. Wenn man sich die Probleme mit WatchOS ansieht, ist das offensichtlich auch dringend notwendig. Das war's von den Technikus von mir vorerst für heute. Generell heute ein sehr spannender Tag. Es ist der 15. Dezember. Sowohl Super Mario Run als auch Star Wars Rogue One starten. Würde mich sehr interessieren, welches dieser beiden Themen euch mehr interessiert, wenn euch eines überhaupt interessiert. Ihr dürft uns dazu gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen oder uns auf Twitter direkt anschreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Freut mich, dass ich euch begleiten durfte. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com.geektalk.ch Das über unseren Mutter-Podcast oder via Twitter at Geek Talk Daily. Hört mehr Geek Talk.